So Leute, willkommen zurück zu Slay the Spire, einem weiteren angezockt. Heute vom Standard Slay the Spire. Irgendwie habe ich hier so Lacks drin. Ich weiß nicht woran es liegt. Ich habe schon nichts mehr laufen, was eigentlich noch laggen dürfte, aber gut. Wir probieren jetzt mal den Hermit aus. Achso, ich bin... Ich bin auf dem Energiesparmodus. Ich wollte mich nicht wundern, dass es laggt. Ja, äh... Wir nehmen erstmal die Sparvariante, weil mehr kriegen wir nicht. So, es wird sich jetzt gleich normalisieren. Ich habe jetzt mal den Energiesparmodus ausgemacht. Ich hoffe sehr, dass es sich gleich normalisiert. Auch nochmal was anderes aus. Ja. Stimmt, wir gehen jetzt wieder von unten nach oben. Das ist so ungewohnt. Das ist nämlich das Standard, nicht das Downfall. Snapshot, Hermit, es gibt Dead-On-Cards. Ja, Dead-On-Cards aktivieren, wenn sie in der Mitte sind. So, Momento. Das macht... Ah, auf jeden ein Verwund war. Alles klar. Dead-On. Und das, was ich an Schaden mache, kriege ich als Schild. Was uns eigentlich jetzt in dem Moment erstmal egal ist. Es läuft nicht rund. Ich weiß nicht, warum es gerade nicht rund läuft. Eigentlich müsste es rund laufen. Aber irgendwie sagt sich mein PC gerade, nope. Freude nicht. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich dürfe eine Karte ab, ziehe eine Karte. Finde ich gut. Dann kann ich nämlich zumindest noch Schaden machen, bevor ich hier mich in Block verliere. Boah, ich sehe gerade, in der Aufnahme läuft das ja mal absolut unrund. Also es läuft allgemein irgendwie sehr unrund. Und ich weiß nicht, warum. Ich weiß es nicht, Leute. Warte mal. Ich hätte erst das Momentum Mori aktivieren sollen. Dann wäre er nämlich jetzt tot. Ich deb. Ja, okay. Dann kriege ich jetzt auf die Schnauze. Ich mache hier nochmal was aus. So. Ich glaube, jetzt läuft es. Ja, jetzt läuft es. So. Ich bleibe jetzt im Block, ziehe zwei Flüche. Nee. Okay, er macht sich selber Schaden, wenn ich das so richtig sehe. Gestalt, Gainstall, Rücken. Ja, ich weiß nicht, was ich haben möchte. Ich glaube, ich nehme das da. Er ist ein komischer Charakter. Jetzt habe ich zwei Standard-Defenses erhöht. Da wäre auch irgendwas Cooleres besser gewesen. Ich habe wieder vergessen, Memento zu aktivieren. Egal, kriege ich jetzt auch die Schnauze. Ist in Ordnung. Machen wir mal so. Okay. Da mache ich neun Schaden und dann ballere ich ihn einfach um, so. Okay, damit aktivieren nächste Runde Dead-On-Effekte zweimal. Ich glaube, das ist ganz gut. So, hier brauche ich das da. Problem ist, ich kann die jetzt nicht zerbrechen. Das darf ich jetzt nicht, wie ich das sonst immer mache. Jetzt ist auch lustig, dass der vom Geräusch her mehr so eine Erbsenpistole hat, als einen echten Revolver. So. Ich snipe wieder. Ja, ich nehme den Block und ich gucke, ob ich noch einen kriege. Ne, kriege ich nicht. Schade. Ich bin gerade am überlegen, ob es nicht vielleicht cleverer gewesen wäre, den Angriff noch zu holen. So. Abgeknallt. Ah, damit machen wir, machen wir dem Gegner, machen wir den Gegner verwundbar. Das ist ganz gut. Auch hier. Die mag ich nicht. Aber mit unserem Memento kriegen wir erstmal alle deren Effekte kaputt. Ach, Block ist zwar nicht unbedingt ideal für uns. Könnten jetzt schwach drauf anwenden, dann kriegen wir nicht ganz so viel Schaden. Okay, Snapshot in die Mitte zu kriegen, ist fast unmöglich. Oh, das ist zu viel Schaden. Also der Charakter, er ist gewöhnungsbedürftig. Und vor allen Dingen, er hat halt, wenn ich das so richtig sehe, viele Effekte, die ihm selber Nachteile geben. Also das ist so eine Sache, ja, gut ausgenutzt kann man damit richtig was reißen. Frage ist, sind wir gut? Sind wir gut oder sind wir nicht gut? So, dann können wir hier wieder Memento machen. Einen Strike. Ein Snapshot, aber ohne Dead-On. Ah, jetzt langsam hauen sie uns böse rein. Okay. Das bringt uns eigentlich nichts. Jetzt so ein bisschen Schutzschild. Das Snipen bringt uns halt bloß aus, wenn wir viele Dead-On-Karten haben, die wir derzeit halt noch nicht haben. Das habe ich ja mehr in die Zukunft herausgekauft. Das ist natürlich nichts bringt, wenn es keine Zukunft gibt. So, jetzt ist er nämlich nächste Runde noch verwundbar und dann hoffe ich einfach drauf, dass ich nächste Runde mit voller Wucht draufhauen kann. Ja. Okay. So spielen wir das Spiel also. Ohne voll draufhauen. Wer muss schon voll draufhauen? Also muss man gar nicht. Es geht auch ohne. Man kann halt auch sterben. So. Jetzt machen wir mal Snipe. Jetzt funktioniert unser Dead-Shot theoretisch. Ah, das funktioniert aber nur auf einen Effekt. Ich verstehe. Ungünstig. So, die Burst. Damit ist er tot. Okay. Oh, das wird noch, das wird noch richtig, richtig schwer. Dead-On. Gain energy up to your maximum exhaust. Okay, das kann unsere Energie wiederherstellen. Uh, oder Gertsch. Der macht mehr Schaden, wenn wir verflucht sind. Uh. Ja, ich würde mich gerne ausruhen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich brauche das Leben für ihn hier. Und er ist ja sowieso so ein Kandidat, ne? Jetzt sonst nix, aber ich aktiviere es trotzdem. Na, ich hätte erst das hier machen sollen, dann hätte ich mehr Schild gekriegt. Problem ist, ich darf keine Karten aktivieren. Keine, keine Fähigkeiten, sonst wird er stärker. Und wir wollen nicht, dass er stärker ist, weil es ist so schon viel zu stark. Seht ihr ja? Ja, ihr seht's ja. Das wird gleich richtig wehtun. Au. Also, jetzt muss ich ihn killen. Weil die sieben Schild, die reichen nicht. Aber mit Gertsch haben wir. Okay. Puh. Eternal Formers. Das ist eigentlich eine mächtige Karte. Am Anfang der Runde wird eine unserer Karten immer... immer um eins reduziert. Das ist mächtig. Ich würde jetzt bloß gern Leben wieder auffüllen. Und nicht so viele Gegner, bitte. Ich könnte jetzt einen killen, ne? Problem ist, jetzt kriege ich auch massiv auf die Schnauze. Okay, den ersten, den muss ich jetzt wegkloppen. Und jetzt muss ich erst mal ordentlich defenden. Auch wenn die Eternal Form halt nicht funktioniert. Und noch ein HP. Und das Schlimme ist, damit gewinnen wir jetzt sogar. Problem ist, wir können uns nicht regenerieren gerade. Bitte irgendwas, was uns keinen Schaden macht. Wenn er kann... Ja, verlier 7 HP, so viel haben wir nicht. Ausruhen zuvor hat. Alles mitnehmen. Alles mitnehmen. Okay, erstmal ordentlich Block drauf. Und dann noch einen Schuss. Wir brauchen jetzt einen Block, den wir kriegen. Ich hätte mir erst das Wide Open benutzen sollen. Aber da habe ich mal wieder nicht nachgedacht. Und das wird wieder wehtun. Äh, jetzt muss ich nicht blocken. Dann mache ich das auch nicht. Alles drauf, was geht. Okay, einen sind wir los. Ja, und der andere, der greift uns nicht an. Hups, dann habe ich mich verdrückt. Warum bin ich eigentlich so... Bin ich ständig dran. So, äh... Rust drauf. Das da drauf. Würde gern diesen... Den Schuss machen, aber da... Moment, wenn ich das hier noch mache... Kriege ich wie viel? Ich kriege 10 Schild dadurch. Das ist mehr, als ich hier mit Block kriege. Es ist echt so... Wir halten uns am Rand unseres Lebens auf. Es ist... Es ist furchtbar. Äh... 6 Block. Ja, brauchen wir. Wir brauchen alles, was wir am Block kriegen können gerade. So, direkt ein Memento drauf. Das da drauf, das da drauf. Er kann hier jetzt in der ersten Runde nichts. Da würde ich sagen, direkt erstmal Schaden machen. Mache jetzt sowieso seine... Seine unbekannte Absicht. Dabei ist er noch nicht mal auf H-Frag. Aber es wäre jetzt gut, wenn ich ihn auf Half-Life prügeln könnte. Das reicht aber nicht. Ne, dann sind wir tot. Oder? Ne, wir sind nicht tot, aber wir sind fast tot. Äh... Ja, er ist unterbrochen. Unter 70. Jetzt hat er sich in zwei geteilt. Jetzt haben wir zwei Gegner. Die uns nicht unbedingt wohlgesonnener sind. Aber die können sich auch nochmal aufteilen. Also wir bleiben nicht mit denen stecken. Wir können die nochmal teilen, wenn wir sie gut erwischen. Problem ist, wir sind jetzt erledigt. Merke ich gerade. Weil dadurch, dass wir weniger Schild kriegen, sind wir jetzt tot. Dumm gelaufen. Also das ist ein Charakter, an den ich mich erst gewöhnen muss. Da muss ich echt noch ein bisschen üben. Leute, wie fandet ihr ihn? Sagt es mir. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich werde noch ein bisschen üben und vielleicht machen wir das Ganze dann nochmal im Livestream. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Euer Wolf.